Hier ist für euch der Letzte, hier ist Manuel Wolf! Ja, wie machen wir das? Hi! Tio, äh... Ich war vorhin, war ich noch woanders, war ich bei Facebook. Hat eine Frau auf die Pinnwand, hat sie geschrieben, ähm, sitze seit Stunden vor der Glotze und denke mir, wer schaut denn diesen Scheiß? Habe ich drunter geschrieben, na du! Und sie schreibt dann drunter, selber na. Habe ich dann drunter geschrieben, alter! Schreibt sie, 23, und du? Habe ich gemerkt, die ist ein bisschen blöd. Und hab gedacht, fängst du vielleicht ein Flirt an oder so? Habe geschrieben, 25, was machst du beruflich? Hat sie gesagt, so, ich model so ein bisschen, und du? Habe ich geschrieben, ja, ich bin Bodybuilder. Ne, weil im Internet kann ich das, Frauen ansprechen und so. Mit Frauen flirten. Also, ihr könnt mich auch alle bitte dann auf Facebook adden nach der Show. Aber in echt fällt mir das schwer. In echt kann ich Frauen nicht ansprechen. Ich weiß nicht, ich bin schüchtern. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber ich habe einen Tipp bekommen. Man soll mit dem Hund rausgehen. Das wird funktionieren. Ich habe aber keinen Hund. Aber man kann zum Tierheim gehen und sich mal einen ausleihen. Das stimmt wirklich. Die freuen sich, wenn man zum Tierheim geht und sagt, kann ich mal einen haben, zum Gassi gehen. Da freuen die sich, dass man sich mal einen Hund ausleitet, weil die sind auch unterbesetzt. Und es funktioniert wirklich. Ich bin mit dem Hund rausgegangen und man kommt mit viel mehr Leuten ins Gespräch. Auch mit Frauen und so. Jetzt hat mir aber ein Kollege gesagt, was noch besser ist als kleine Hunde, kleine Kinder. Also bin ich in den Kindergarten gegangen. Der da hinten in der Ecke, kann ich den mal ausleihen, zum Gassi gehen? Als ich das letztens in Ingolstadt erzählt habe, habe ich wahrscheinlich zu lange Pause gemacht. Habe ich gesagt, und was noch besser ist als kleine Hunde, und dann sagt eine Frau in der ersten Reihe, der ruft, der Fiene. Ja, natürlich. Ich bin schon oft mit einem Delfin in Gassi gegangen. Hüpf, Flipper, hüpf! Sind die Frauen in Scharen angekommen. So, ich habe euch ein kleines Lied mitgebracht. Mögen ihr Filme? Ja? Ich habe ein Lied über meine Lieblingsfilme geschrieben. Upsa! Ich habe ein Lied über meine Lieblingsfilme geschrieben. Geht so. Ich habe ein Lied über meine Lieblingsfilme. Der Untergang. Der bewegte Mann. Trafen Zähmen leicht gemacht. Legenden der Leidenschaft. Bravo! Ihr merkt, dem Lied fehlt noch so ein bisschen was. Aber ich habe gehört, dass ein Filmtitel um einiges aufgewertet wird, um 100% verbessert wird, ein Filmtitel, wenn man einfach den Zusatz in meiner Unterhose hinzuführt. Probieren wir es mal aus. Der Untergang in meiner Unterhose. Der bewegte Mann in meiner Unterhose. Drachen Zähmen leicht gemacht. In meiner Unterhose. Legenden der Leidenschaft in meiner Unterhose. Fluch der Karibe kann in meiner Unterhose. Charlie und die Schokoladenfabrik in meiner Unterhose. Froh. Froh. F tourn 1994. Froh. 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 So ein Lange! Hast du ihn gerade angerotzt? Bisschen. Stiehl mir nicht die Show. Sie leben in meiner Unterhose. Highlander, es kann nur einen geben in meiner Unterhose. Der Duft der Frauen in meiner Unterhose. Lebel des Grauen in meiner Unterhose. Black Hawk Dows in meiner Unterhose. Kondom des Grauen in meiner Unterhose. Ja, ihr werdet es ein bisschen albern. Macht aber nichts. Das kleine Arschloch in meiner Unterhose. Neuneinhalb Wochen in meiner Unterhose. Acht Millimeter in meiner Unterhose. Achtundzwanzig Tage später in meiner Unterhose. Ihr könnt auch so schön mitsingen, dieses in meiner Unterhose. Einfach mit. Der Duft der Frauen in meiner Unterhose. Nebel des Grauen. Ach Quatsch, das hatte ich schon mal. Kein halben Sachen. In meiner Unterhose. Planet der Affen. Planet der Affen. Planet der Affen. Planet meiner Unterhose. Findet Nemo in meiner Unterhose. Der letzte Exorzismus in meiner Unterhose. Der letzte Exorzismus in meiner Unterhose. Aus der Mitte entspringt ein Fluss in meiner Unterhose. Das Leben ist schön in meiner Unterhose. Das Wunder von Bern in meiner Unterhose. Reicht doch eigentlich. Welchen Film hast du als letztes gesehen? Der weiße Hai, eins, zwei. Der weiße Hai in meiner Unterhose. Ich hab gesehen, äh, ziemlich beste Freunde in meiner Unterhose. Die nackte Kanone in meiner Unterhose. Das Geheimnis meines Erfolges in meiner Unterhose. Was Frauen wollen in meiner Unterhose. Küsst den Frosch in meiner Unterhose. Das Ding aus einer anderen Welt in meiner Unterhose. Zwei glorreiche Halunken in meiner Unterhose. Das letzte Einhorn in meiner Unterhose. Der große Diktator in meiner Unterhose. Die rote Flut in meiner Unterhose. Free Willy in meiner Unterhose. Moby Dick in meiner Unterhose. Moby Dick in meiner Unterhose. Und vom Winde verweht. In meiner Unterhose. Manuel Moll. So. Das war's, Leute.